Krankheiten und Unfälle können Menschen in besondere Notlagen bringen. Das zeigt sich vor allem im Alltag eines Krankenhauses. Die ehemalige Unfallchirurgin Catherine Butler hat dabei viele Patienten und Freunde begleitet. Im Buch Am Puls der Gnade erzählt sie von ihren ganz persönlichen Grenzerfahrungen. Zu den körperlichen Entbehrungen kommt bei vielen Menschen auch das seelische Leiden hinzu. Da sind Zukunftssorgen, Verlustängste, Abschied und Trauer. Inzwischen ist Catherine überzeugt, auch im schlimmsten Leid sind Hoffnungsfunken erkennbar. Am Puls der Gnade. Jetzt erhältlich in ihrer Alphabuchhandlung.